Seid gegrüßt, meine lieben YouTube-Freunde. Heute kommt der sechste Teil über die Anwesenheit der Engel. Ich erkläre die Meditation mit den Engeln. Bevor du meditieren willst, überdenke dein Leben, höre auf dein Herz und folge deiner Intuition. So wirst du erkennen, dass sich in deinem Leben etwas ändern muss oder sollte. Die Engel der Meditation wollen, dass du sie rufst, damit deine Wünsche und Träume enthüllt werden. Dazu rufe die Erzengel Gabriel und Michael. Sie helfen und unterstützen dich bei deiner Meditation. Wähle eine Aroma-Kristall-Meditation und gehe an deinen heiligen Ort. Zünde eine Kerze an und wähle einen Kristall wie auch ein ätherisches Öl, das zu dem Engel passt, mit dem du Kontakt aufnehmen willst. Ich gebe hier ein Beispiel. Für den Erzengel Michael wählst du den Aquamarin und das Öl aus, gelber Kamille aus. Gib einen Tropfen des Öls auf den Kristall. So entsteht ein Aroma-Kristall, der dich mit Erzengel Michael verbindet. Dann beginne mit deiner Meditation. So setze dich auf den Boden, auf ein Kissen, aufrecht mit geradem Rücken und verbinde dich mit Mutter Erde. Achte und konzentriere dich auf deine Atmung und entspanne dich. Nimm den Aroma-Kristall zwischen deine Handflächen wie zu einem Gebet vor das Herzchakra. Dort verbinden sich die Engel mit dir. Spüre die Schwingungen des Öls und des Kristalls. Dann, wenn du auf den Aroma-Kristall eingestimmt bist, rufe. Erzengel Michael, ich möchte mich mit dir verbinden. Meistens ist der Engel schon da, bevor du nach ihm gerufen hast. Das geschieht durch den Aroma-Kristall. Gib dich der bedingungslosen Liebe hin und lass dich einhüllen vom Licht des Erzengel Michaels. Bitte ihn nun um seine Führung. Du wirst die Energie spüren, denn die Verbindung zwischen euch beiden ist da. Jetzt bist du in der Meditation und du kannst sie so lange du willst mit deinem Engel führen. Danach danke ihm. Sei dir der Atmung deines Körpers bewusst und öffne dann langsam deine Augen. Springe nicht gleich auf, sondern bleibe noch ein kleines Weilchen sitzen. Wichtig ist, schreibe dir deine Erlebnisse der Meditation auf und reinige danach gründlich den Kristall. Nach dieser Meditation wirst du dich wohlfühlen, ruhig und zufrieden. Dieses wunderbare Gefühl kannst du dir immer wieder gönnen, so oft du es möchtest. Ich würde wünsche euch eine erfolgreiche, wundervolle Meditation mit deinem Engel. Eure DERIA 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 DERIA